ja moin willkommen zurück zur coromon wir sind in den katakomben in den analen des klosters keine ahnung immer noch in dieser prüfung und stehen jetzt wie am ende der letzten folge vor drei türen oder drei durchgängen zwei gehen anscheinend war der ausweiter und der in der mitte geht runter wie ich gehen mal von links lang ok bestehen wenn wir das rechte gehen und wir dahin schön guten tag der herr das ist natürlich nice aber also ich fange es natürlich blutet ok das war nicht wie geister bluten können aber ich will zeit einfach haben nice spezial angriff alter baller der alles weg er hat er hatte juba frucht geil danke bedrohend macht das gleiche wie bei pokémon schwächt den gegnerischen angriff so ziemlich geiles stink duft furcht duft holzspinner er ist ja klar wo es weitergeht gehen wir natürlich da erstmal nicht lang digma 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 oh ja roben immer noch den laborkittel an war ach komm laufen wir mal hier jetzt kultist rum hey ich bin noch einer von dir what the hell pia ach du scheiße okay damn damn macht ein nickerchen ach man schläft gar nicht okay ja man heilt sich einfach nur okay dann muss ich nochmal gucken ob ich das vielleicht doch rein nehme 25 für suki das ist die weiterentwicklung von suki hier macht halt nicht mehr so wirklich viel schaden jetzt mal wieder nicht keine blutung konzentration auch mit dem höhere chance auf krit kritz ja so geht ein krit junge ohne mich zu konzentrieren ich mache das einfach aus dem handgelenk reib sand nimmt dem ziel den halt verursacht schaden und senkt initiativ um ein stufel mit zehn prozent wahrscheinlichkeit dass verwirrung aufs ziel wird ok ist eigentlich schwanz schlag brauche ich eigentlich nicht aber das macht speziellen schaden aber wow ok ja definitiv nehme ich das rein auch wenn es speziell ist ich mache ihn zum hybrid ich glaube das ist ganz gut ja treib sand man zu sehen wo du bleibst club und dabei natürlich nicht irgendwer nimmt schaden ach nee dann war das das andere aua danke ja luna wolf ja mach's gut mein jung der greift speziell an wert speziell am meisten verteidigung ist die frage ich weiß jetzt nicht aber nicht getroffen jetzt schlag oh nein er wollte und jetzt sind wir zuerst dran wegen prio tschüss peng ah 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 level 28 für muffel rockfrock entwickelt sein potenzial oh der braucht mehr ap obwohl jetzt mittlerweile brauche ich eigentlich gar nicht mehr ap wenn man hat ja einfach auch wegen mehr level ab aber die attacken verbrauchen ja nicht mehr steht da äh wer ist denn du bist nee ac ist das niedrigste nee suki aber die haben äh die ep teile also nehmen wir mal basi rein tü 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 oh das ist wahrscheinlich der boss war das heißt der post aber sie kann halt echt nichts machen aber die sind halt auch nicht so effektiv ich baller mich einfach mal hoch er kann ja anscheinend auch nicht viel gegen uns machen wie schaden macht er ach wir sind auch verwirrt okay wiiiit wiiit 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 oh nein nicht gut 30 40 30 aber es greift zweimal an das war auf plus vier oder was wir haben immer noch nicht muss er sich heilen er muss sich ausruhen ich glaube nicht wechsel ich auf sie näher auf rock rock jetzt rute sich aus der gar nichts aber das gibt alle das macht ihr mir gar nichts nicht getroffen wir brauchen halten geist oder einen magie angriff auf einem nicht geist man wieder mehr ap alter jetzt wegen des gifts vielleicht vielleicht trifft er nicht durch trifft da ich bin nicht herunter er ihr wucht angriff reicht jetzt wenn wir es überleben jetzt kriegt er dankeschön für nichts jawohl ab und ja ja an 26 für sookie Oh, Rochi. Oh. Fuck. Lassen wir Frockfrock sterben. Ja, wir vergiften das Vieh. Ah, eben zu wenig AP. Vielleicht greift er physisch an. Oder gar nicht, oder so. Nicht getroffen. Nice. Sei vergiftet, Junge. Er greift, hat doch... War kein physischer Angriff anscheinend. Schade. Okay, AC. Also, wir machen folgendes. Was macht was? Nein! Ich glaube, das war richtig. Ja. Er hat Suki einfach gekillt. Alter. Boah, ist das dumm. Wurden verflucht. Ich weiß nicht mehr, was Fluch macht. Aber ich mach den mal weg. ist es jetzt physisch oder ist es nicht physisch? WTF? WTF? Hä? Ich hab mein... Warum hat das dann nicht vergiftet? Alter. Was zur Hölle, Mann. Ich glaube, das verlieren wir. Ich muss heilen, beziehungsweise wiederbeleben. Okay. Können wir nochmal jemandem... Muffe. Muffe. Muffe heilen. Muffe heilen. Ich könnte nur Schneeball benutzen. Okay. Von mir aus. Hatte ich eh vor. level 30 rache die niederer die lp des benutzers desto mehr schaden isst du wasser oder geist natürlich geist es macht gar nichts so und vorgabe 25 zuki alt etwas von potenzial macht sich auch mal auf hybrid ist die level 27 wenn wir uns jetzt hier irgendwo heilen speicherpunkt erreicht danke ja wir lassen es nicht offen mein gott entspann dich junge ich werde noch einmal was ich habe nämlich was gelesen zwar dass ich zuki entwickelt nachdem sie so ein cracker gegessen hat war das denn noch mal ja gruselige vision auch mal drei snacks ja wir haben viel gekauft wenn das mal so funktionieren würde mit dem rabatt bin echt warte mal kann ich jetzt hier schnogi noch das zeug geben ach wo ist das denn immer noch kein appetit nice spezialangriffskuchen werde ich eh nie benutzen hitzespinner na gut hey freunde das wäre es für dieses mal koromon wir sind wahrscheinlich fast am ende von dem da vielleicht auch erst in der mitte wer weiß das schon von dem katakomben von den katakomben da und ich habe so ein bisschen angst vor dem boss muss ich sagen weil er bestimmt geist sein wird aber wir haben nichts gegen geister brauchen halt magie oder geister attacken auf nicht geister attacken auf nicht geist monst wenn nicht haben jetzt ein sauger auf base aber 0,0 spezialangriff na das ist halt kacke hier sauger ihr seid auch nur 40 egal wir werden es schon irgendwie schaffen vielleicht überlege ich mir noch was mal schauen jedenfalls bedanke ich mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal dann geht es wieder ab in die katakomben macht's gut